Hey Leute, willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Mir ist so langsam klar geworden, dass die Magier natürlich resistent gegen Magie sind und deswegen habe ich so wenig Chancen gegen die. Und zum anderen, die nicht-Magier eben anfällig für Magie sind. Ich kann wirklich nur diesen einen Weg gehen. Die Frage ist, wie steht es mit denen? Okay, 89. Au, au, au. Gut, ich habe ihn vergiftet. Jetzt möchte ich aber auch mal eine andere Waffe probieren. Ich meine, ich habe ja zu viele. Ich könnte jetzt mal ein bisschen rumspielen. Okay, die ist zwar nicht sonderlich gut, aber... Oh nein, nicht der Magier. Ich heile mich ja hier wirklich. Also zumindest ein bisschen. So, jetzt muss ich nur noch Herr von dem Magier werden. Aber wo ist er hin? Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite, mehr oder weniger. Wo stiefelt der Herr Magier rum? Oh, da ist er. Da ist er. Da war er. Wo bringt mich dieser Weg dahin? Ich weiß noch nicht, ob ich das ausprobieren möchte. Da oben, weiß ich, wird es böse. Was ist hier unten? Oh nein. Von wegen. Du blöde Kuh. Wow, das gefällt dir ja wirklich nicht. Das gefällt mir umso mehr. Ja, schön. Die Gläven sind gar nicht mal so schlecht. Sind nur elendig langsam. Aber ich bleib mal noch bei... Oh Gott, was nehm ich? Ich möchte irgendwas anderes. Kann ich eigentlich schon eine neuen... Jetzt mal abgesehen davon, dass ich mal wieder bitte... Ne, komm, ich lass die Klebe mal. Kann ich einen neuen Schild benutzen? Okay, für den bin ich zu schwach. Die sind zu schwach. So, ich habe jetzt aktuell den. Kann ich den benutzen? Stärkung 20, 22. Gut, wir bleiben bei dem. Ja, ja, ich weiß, was meine Quest ist. Immer noch. Ich will nur gucken. Spinne. Gut. Ich mag dich nicht. Fallgruben auch noch. Ja, schön. Die Tür ist verschlossen. Alles klar. Oh Mann. Solange die Spinnen auch liegen bleiben, ist das in Ordnung. Ich möchte mich einmal heilen, bitte. Heilen? Darf ich nicht. Wo bin ich hier? Ah, eine Abkürzung. Verstehe. Rune platzieren. Mach auf. Hier darf eigentlich nichts böse sein. Ich habe dafür bezahlt, dass ich hier rein darf. Jawohl, und Stabgriff und Rückgratz, Rückgratzschlitzer. Alter Schwede, das ist ein Namen. Jawohl. Ich habe hier drin. Das befindet sich sogar hier drin. Im Vergleich zu dieser Waffe scheint alles weich und nachgiebig. Sei es Metall oder seien es Knochen. Hö, hö, hö. Schön. Und es macht so viel Schaden. 116. Oh nein. Nein, nicht so viele Spinnen, bitte nicht. Auch noch vergiftet. Geht weg. Puhi. Puhi, Spinne. Alles klar. Du willst Ärger? Gefällt mir. Gefällt mir außerordentlich gut. Ja. Tatsächlich. Da ist was. So was sagt man ein Gewicht. 28. Ne, 25 von 30. Irgendwie sowas. Oh, es ist finster. Ich würde eigentlich gerne noch den anderen Weg erkunden, wo das mich hinführt. Okay, hier ist sowieso ohnehin Sackgasse. Oh, der hoch. Boah, wie dunkel. Ich sehe nichts. Er hat mich noch nicht gesehen. Jawohl. Jawohl. Moment, jetzt muss ich nochmal zurück schnell, bitte. Ich muss einmal gucken, wo mich der andere Weg hinführt. Hey, jetzt klappt das mit Abrollen. Ich höre hier Rüstungen klappern. Ach, nach rechts ist die Abkürzung. Alles klar. Nirgends runterfallen, bitte. War ich hier schon drin? Ja, von da komme ich ja. Ah, genau. Hier einmal. Oh Gott, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Es gibt hier so viel zu erkunden. Das ist der Wahnsinn. Westgalerie. Von der anderen Seite blockiert. Okay. Kein Problem. Gar kein Problem. Speichern wir aber mal so allmählich. Ziemlich genial. Oh Gott. Erschreck mich doch nicht so. Dauer zu. Und zwar nicht gerade weich. Na komm. Peng. Na komm. Ich seh dich. Oh. Alter. Ehrlich? Also, die nehmen... Oh. Was war das? Was ist da hochgegangen? Oh Leute, ich muss... Ich muss erkunden. Ich kann das nicht so stehen lassen. Ich muss die anderen Wege noch erkunden. Oh Gott, das ist so viel. Und wo komme ich? Wo muss ich lang? Wie war das? Da lang? Nein. Ich höre die ganze Zeit Rüstung und sowas. Rüstungen. So. Hier kommen gleich die Spinelis. Genau. Die ist zu. Die ist verschlossen. Genau. 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 Ja. Nicht die, die Löcher fallen. Ah ja. Der Nebel macht es nicht gerade besser. So. Hier liegt der Schmied. Da ist... Da ist lang. Ähm... Dann da hoch. Hier wird euch erhören und beistehen. Bei ihm seid ihr sicher. Alles klar. Adia, Adia, Adia. Da kann ich bloß sagen, Adé. Ich kann viel kaputt machen, wie ihr seht. Okay, der... Ich kann noch darüber jumpen. Das sehe ich doch von hier. Möchte ich es probieren? Das ist was anderes. Ah, du bist ein Arsch. Ja, der fällt runter. Das dachte ich mir schon. Oh nein. Oh Gott. Weg, 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 weg. Siehst mich nicht. Ella, bitch. Na, 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 na. Der Schwert gefällt mir. Muss ich zugeben. Gefällt mir gut. Ein Speicherpunkt, bitte. Okay, jetzt ist es soweit. Ich brauche einen Speicherpunkt. Und du wirst mich davon nicht abhalten. Du wirst mich davon nicht abhalten, einen Speicherpunkt zu finden. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Ich sehe nichts. Na, 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 na. Weiter oben hat es geschlagen. Ja, wie zum... Oh Gott, das geht... Jawohl, alles cool. Ich habe es überstanden. Flasche. 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 Und ich höre sein Herz schlagen. Aber wo? Okay, jetzt wirkt er voll aus. Wo schlägt sein Herz? Das muss doch irgendwo da unten sein. Wow. Alles klar, ich muss irgendwie... sein Herz finden. Das kann ich leider nicht aufmachen. Das kann ich leider nicht aufmachen. Sie sind wissend. Ihr seid es nicht. Alles klar. Das Herz ist irgendwo da hinten. Das höre ich doch bis hierher. Geh mir aus dem Weg. Wo ist es denn? Willst du mich veräppeln? Heil dich mal. Alter, dein Ernst? Jetzt kannst du vergessen, dass ich hier sterbe. Bin zu nah. Viel zu nah. Um zu sterben. Schalter benutzen. Und... Und... Was? Bist du krank? Run zu hin! Männchen! Nein! Oh Gott! Wo kommst du jetzt her? Warum sollte man zu dir wollen? Du bist groß und böse. Ah, die macht einen wahnsinnig. Speicherpunkt. Wie war es mal damit? Ist doch viel cooler. Moment. 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 Mir fällt ja gerade was ein. Was ich in der Hektik vielleicht eventuell übersehen habe. Und zwar, passt auf, Leute. Das Ding hier hatte ich vergessen. Hier kann ich verlassen drücken. Aha! Ich hoffe, ich lande irgendwo, wo es gut ist, weil ich will nicht sterben, meine ganzen schönen Seelen. Das wäre wirklich überhaupt nicht... Exzellent. Nein, das wäre ganz mies. Hallöchen. Ladebildschirm. Hier war doch irgendwo ein Speicherpunkt, oder? Das war eine Etage weiter oben. Dankeschön. Ich will nur speichern. Mehr nicht. Dankeschön. Wie viele Seelen habe ich denn? 11.000. 17.000 gibt es im nächsten Level. Ab. Punkt. Attribut. Punkt. Und hier kann ich lesen. Wie ihr bekanntlich mitbekommen habt. Kann ich hier lesen. Als das Feuer herabregnete, zögerten die Richter nicht. Sie stellten sich den Herrschern des Gottes. Wir verbargen uns voller Angst. Doch sie hielten Stand und kämpften. Als wir wieder hervorkamen, war die Welt ein brennendes Gerippe. Doch wir lebten noch. Und wir wussten, wer uns gerettet hatte. Jaja, lass mich raten. Adier. Oder wie der Typ heißt. Okay, ich muss jetzt zu diesem sehr großen Wesen. Oh nein. Nein, die Monster sind wieder da. Böse. Nicht gut. Ivan, du bist ein Vollidiot gewesen. Tu einfach so, als wäre. Nein. Jetzt lauf einfach weg. Genau, jetzt lauf einfach, lauf einfach, lauf. Du bist gar nicht da, lieber. What? Du. Oh nein, jetzt muss ich schnell die Waffe wechseln. Weil die scheinen für physische Angriffe total immun zu sein. Und das Ding schläft jetzt. Oh, Schild. Alles klar. Alles klar, abgefangen. Sehr schön. Leute, wir sehen uns im nächsten Part zu. Lords of the Fallen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen. Und tschüss. 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 Tschüss.